Hey Freunde, willkommen zu einem weiteren Guide für Ratchet & Clank Rift Apart, heute mit der Trophäe Lochstanzer. Dafür müsst ihr mit der Waffe Kopfjäger 20 Gegner Headshotten. Also die Waffe kostet 40.000 Bolts und wenn ihr dieses Geld nicht habt, dann könnt ihr in die Arena gehen, wählt die goldene Kategorie und dann diese schöne Mission hier aus mit dem Namen Zoom Gelegenheit. Dann bekommt ihr automatisch für diese Mission die Waffe und könnt einfach diese Gegner Headshotten und die haben einen so großen Kopf, dass es eigentlich kein Problem ist, die zu töten. Und genau, das macht ihr 20 Mal. Ich habe zwei Anläufe dafür gebraucht, weil nicht genug Gegner da waren und dann habt ihr schon die Trophy. Also kein Problem Leute und yo, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn ja, lasst mir gerne Feedback wie immer da und wir sehen uns ansonsten im nächsten Guide. Haut rein und bis bald! Vielen Dank!